Was passiert, wenn pulsierende Beats und sphärische Klinge auf Wasserfontänen und Feuersäulen treffen? Erlebe es selbst in diesem Sommer. Erlebe Aquanario Meets Schiller Live in Concert, das Multimedia-Spektakel des Jahres. Sei dabei, wenn sich Wasser, Laser, Feuer, Pyrotechnik und Licht zur Musik von Schiller bewegen. Aquanario Meets Schiller Live in Concert, am 27. Juli in der Commerzbank Arena in Frankfurt. Untertitelung des ZDF, 2020